Und damit leiten wir über zu unserer ersten Rednerin. Ganz genau, das wird nämlich Dr. Kirsten Kappert-Gonther sein. Sie ist Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hat das sogar mal eine Zeit lang gelehrt. Und ist Mitglied des Deutschen Bundestages, ist dort Sprecherin für Gesundheitsförderung und Sprecherin für Drogenpolitik bei den Grünen. Das heißt, sie hat sich intensiv mit dem Thema Drogenpolitik auseinandergesetzt und weiß ganz genau, was verändert werden soll. Dr. Kirsten Kappert-Gonther. Moin, schön euch alle zu sehen. Liebe Freundinnen und Freunde, sagen wir ja bei den Grünen, ich sage das auch gern hier in diesem Rahmen. Ihr habt es gehört, ich heiße Kirsten Kappert-Gonther, ich bin Drogenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und ich freue mich, wieder mal auf der Hanfparade sprechen zu dürfen, weil die Hanfparade ist ein unheimlich wichtiger und toller Moment. Das eine ist die Stimmung, das eine ist die Party, das eine ist, dass wir uns treffen, dass wir miteinander sprechen, dass wir diesen Tag zusammen verbringen. Aber das andere ist auch, dass es hier um ein extrem wichtiges Thema geht. Und zwar um ein ganz ernstes Thema, was im Grunde die gesamte Gesellschaft betrifft. Das Thema Drogenpolitik und dass diese Prohibition auf ganzer Linie gescheitert ist. Das geht nicht nur Leute an, die gerne kiffen, sondern das geht jeden und jede an, weil diese Prohibition ist schädlich und gefährlich. Sie ist deshalb schädlich, weil sie tausende von Nutzerinnen und Nutzern kriminalisiert. Sie drängt sie auf den Schwarzmarkt. Ihr wisst, dass wenn ihr auf dem Schwarzmarkt Cannabis kauft, dann ist das, als würdet ihr in der Kneipe sagen, ein Glas Alkohol bitte. Und ihr wisst nicht, ob ihr Wodka oder Bier bekommt. Und dafür habt ihr auf dem Schwarzmarkt die ganzen Streckmittel und Beimischungen inklusive. Ihr könnt euch einfach nicht sicher sein, was drin ist. Und das muss ein Ende haben. Das hat mit Gesundheitsschutz, mit Verbraucherinnenschutz nichts zu tun. Das gehört endlich geändert. Die Brotter bei die Fische. Genau. Die Drogenpolitik ist auch deshalb gescheitert, weil sie viele, viele, hunderte von Polizistinnen und Polizisten beschäftigt mit Unsinn. Weil sie unsere Justiz beschäftigt. Weil sie die Verfahren verstopft. Wegen der unsinnigen Kriminalisierung von Nutzerinnen und Nutzern. Unsere Polizistinnen und Polizisten da draußen haben sehr viel Besseres zu tun, als Nutzerinnen zu fangen. Das ist teuer und das ist schädlich und das gehört beendet. Die Prohibition nutzt genau einer Gruppe. Und das ist die Gruppe der organisierten Kriminalität. Das kann in keinem von niemandem im Interesse sein, von der ganzen Bevölkerung nicht. Auch nicht von denen, die nicht konsumieren wollen. Und das sage ich als Ärztin. Es wurde ja einem angesprochen, dass ich 25 Jahre lang Erfahrung als Ärztin für Psychiatrie, Psychotherapie habe. Die Prohibition schadet den Patientinnen und Patienten. Es schadet den Menschen, die merken, sie kommen vielleicht nicht gut zurecht mit der Droge. Die haben Sorge, sich Hilfe zu holen, weil sie Angst haben vor Kriminalisierung. Das ist die eine Gruppe der Patientinnen und Patienten, denen die Prohibition schadet. Die andere Gruppe, und die ist zunehmend, sind die Patientinnen und Patienten, die auf Medizinalkannabis angewiesen sind. Wir haben wegen ideologischer Gründe, wegen völlig fehlgesteuerter Gründe, unnötige Hürden für die Verordnung und Übernahme der Kassen für Medizinalkannabis. Auch das ist ein Thema, das darf so nicht bleiben. Wir brauchen eine vernünftige Verordnungsfähigkeit von Medizinalkannabis. Und wir brauchen endlich die kontrollierte Freigabe für Cannabis, für den Freizeitgebrauch. Und dass es anders geht, das zeigen uns andere Länder. Uruguay hat es vorgemacht, Kanada macht es jetzt mit gutem Erfolg. Luxemburg wird folgen. Wer ist der Treiber in Luxemburg? Das ist dort der Gesundheitsminister, weil der verstanden hat, dass es auf dem Schwarzmarkt keinen Gesundheits- und Jugendschutz gibt. Und das ist nicht schwer zu verstehen. Ihr werdet alle Argumente heute nochmal hören. Ihr kennt die Argumente alle. Die Vernunft ist auf unserer Seite. Es gibt keinen vernünftigen, rationalen Grund, diese unsinnige, gescheiterte Prohibitionspolitik fortzuführen. Es ist endlich Zeit für Vernunft. Es ist Zeit für die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Ihr wisst, dass das grüne Cannabiskontrollgesetz sich noch im Verfahren des Deutschen Bundestages befindet. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich hier Vernunft durchsetzt. Wenn ich in dieser Legislatur, obwohl ich darauf auch immer noch hoffe, dann werden wir spätestens in der nächsten Legislatur Erfolg haben, weil die Vernunft eben auf unserer Seite ist. Und dafür ist es so wichtig, dass wir auch Events wie diesen haben, wo wir uns gegenseitig Mut machen, wo man die Argumente nochmal austauscht, wo man zusammen feiert und wo man weiß, wir stehen alle, Seite an Seite. Auf mich könnt ihr euch verlassen, auf euch gegenseitig könnt ihr euch verlassen. Legalisierung nur mit dir. Danke. Vielen Dank.